die merken wir noch nicht ich bin runtergefallen so ich hab leider Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich auch, bin runtergefallen Ich bin runtergefallen Ah, ich bin tot ich fall runter ich bin runtergefallen Ich bin jetzt fast runtergefallen Ich bin runtergefallen gefallen kleine bis geburt die ich war halt nur runter hallo leute und willkommen zurück zu bett was wartet plötzlich ich bin immer so langsam mit dem scheiß ob der sich darüber zu schieben gut also dabei haben natürlich wieder den nick und und ich habe haben kurz was zu verkünden der und ich ja bei sax am besten du willst du die arbeit gemacht ist die arbeit also ihr seht schon an floh neues texture pack ist das ich habe das text pack leicht umgeändert für ein gewisses projekt namens mc0 was auch starten wird und dann haben wir ein eigenes sound pack gemacht wir haben da weiß ich wie lange mit dran gesessen und floh kannst jetzt ein beispiel eines villagers dann mal zeigen wenn er möchte der sagt aber leider nix ja du musst kaufen und so das ist das funktioniert über das sind sie jedenfalls sound pack ist auf jeden fall verfügbar naja dann gehe ich halt dann in eine single player map und zeige euch das ja aber ich bin ich also wir haben das wissen wir haben ein sound pack wirklich seit 19 uhr dran gesessen wir haben die sounds von den villagers geändert von den zombies von den schwein echte fans wisst jetzt was wir mit schwein mal gut ja wir haben kühe vergessen mit schwein auf die kühe vielleicht fällt uns doch was ein aber sonst haben wir eigentlich alles bis auf sämtliche mobs und das was ich vorgeschlagen habe die geräusche links rechts links rechts links 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 das will er dann würde es sich wieder umbringen wollen wir haben die geräusche von denen ja ist das vor den hüdern nachgemacht und zu der verteidigung kurz hätte ich dir jetzt nicht runtergepegelt dann hätte es hätte man wenn man die hüderfamme hätte nach 30 sekunden selbstmord gedanken aber ist ja egal das hat übrigens ich angesprochen der sohn ich glaube alles was der sohn sagt ja was das sohn sagt hast du alles das schwein auch beim villager habe ich mich ausgetobt und ja aber ist definitiv echt eine coole sache ich merke mich noch nicht ich bin runter gefallen nee jetzt ohne scheiß da war so ein scheiß lag und dann bin ich okay das hat man jetzt gehört als ich verrückt bin diese geräusche das war ist nicht normal ja aber was ich gemacht habe und jambi am bogen ja und ich bin runter gefallen ich bin tatsächlich lustig was habe ich den leute ich fall heute nur runter das ist voll fies habe ich jetzt gekillt ganz aufgekillt ich glaube nach der runde dann spiele ich hat nichts mehr weil ich bin nicht voll ich bin irgendwie voll unkonzentriert ich falle die ganze zeit und nur grundlos runter ich gehe da gleich mal rüber soll ich mitkommen als moralische unterstützung erwartet das ist nicht mal eingebaut aha da hat nicht damit gerechnet dass ich zurückkomme aber du rechnest doch doch damit habe ich gerechnet ich weiß nicht was los ist ich weiß es wirklich nicht ich fand da 300 eindeutig wie ist er in der runde das stimmt worte fach seit wann ist der milf ein schimpfwort deine nachricht wurde nicht gesendet grund du hast etwas verboten was geschrieben und du hast strafpunkte erhalten bei weiteren verstößen wird dies automatisch konsequenzen mit sich ziehen laute ich mag milfs seit wann ist ist milf ein verbotenes wort ah ich bin tot ich fall runter ich bin runter gefallen nenne ich das ich bin hat in die folge nur da ist von selbst untergefallen das ist noch ein größer wunderbar Bist du noch bei denen? Ja, ja, ich hab die gerade alle weggeberstet. Kannst du den von mir auf den Weg geblasen und das finden? Ja, ich hab den geblasen. Vier ruhig, Alter. Hast du dich als selbeses? Was ist denn? Nein, ich hab gesagt, ich hab gesagt, du wär. Vier ruhig. Achso. Ja, ich sah dich verstanden. Oder ist er sofort aufgedrückt? Ich kann auch schauen. Er tut sich oft falsch aus. Du siehst halt bei dem so. Und ich drücke auch gerne was. Richtig, alles auf. Äh, ja. Aber denkst du, was noch nicht zu versicht bekam? Ich lasse, wie das aussieht. Was hat denn? Was hat denn? Ja, das sah du richtig? Jetzt hast du dir schreitmarkten im Hintergrund. Mir kommt's ich wirklich zu deinem.: Jetzt hat ich was nach às zwe exploited, ist das ja aufgezeigt? Ich weiß nicht, were ich gerade absfeito. Ugh, was hast du geschützt? Was, wäre das denn? judgments given? Was hast du gemacht? Aber ich habe einfach蘇llischen ordentlich Taxi gerade gemacht. j 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 Ja, das sieht geil aus, ist irgendwie so goldartig, oder? Hat irgendwas, so einen leichten Touch, wie man das nennt. Das ist ein Flammbogen aus Hexet. Trotzdem hat er irgendwas von Gold und das gibt ihm so den Touch, ja. Und das finde ich sehr erregend. Doch, der hat jetzt einen Bogen, damit er dich wegschießen kann. Der hat eine Perle geworfen, der hat eine Perle geworfen, pass auf. Die Frage ist, wohin? Ja, super, es kann nicht wieder zurücklaufen, weißt du? Ne, der ist tot. Du Lappen, du. Äh, was? Ne, wir bauen nicht das Bett ab. Warum nicht? Wir bauen nicht das Bett ab, weil wir dann die Punkte bekommen. Also die Ressourcen spawnen dann noch. So, Lila und wir, wo ist Lila? Da hinten ist Lila. Ey, du bekommst die zwei Ste-Komman, die kommt doch zurück. Ne, ne, die gehen zu unserer Base, ich muss zurück, wirklich jetzt. Oh, oh, oh. Bogen kann ich mir nachauchen, oder holen nach der Aftershow-Barty dann. F-f-f-f-fuck. Ich muss endlich was aufgeben. Ich versuch die, ich, ich versuch die, ich versuch die von hier aus runterzuballern. Und ich versuch in die Base zu kommen. Hast getroffen. Fast oder hast? Fast. Hab mich getroffen. Wie viel kostet der Beste Bogen? 450 oder so. Dann kann ich den Kassen gleich. Gebet ich, gebe ich. Kann ich, kann ich, kann ich. Kann ich, kann ich. Ich bekomme wahrscheinlich nur so. Au, warte. Das macht das komplette Spiel. Das ist aber so kaputt. Stell dir mal vor, wir wollen das auch im Body benutzen, ne? Dann so. Das ist vollgestatt. Au, warte. Ich bin, das ist wirklich voll geil, muss ich sagen. Ich bin, das ist echt voll geil, muss ich sagen. Ich bin, das ist leider nichts. Geil. Ey, sind weiter. Achso, übrigens, der Typ an der Karte, der fliegt über mir übrigens. Ja, was? Ich bin jetzt fast runtergefallen. Gut, ich würde, dann hätte ich jetzt den Arno so vergewaltigt. Ich war mal der Zeitbeste Bogen. Ich habe schon den Besten. Ich habe den Sound von dem fucking Zombie bearbeitet. Und da habe ich mir echt Mühe gegeben. Da habe ich sogar einigermaßen gescreent, obwohl ich scheiße nicht mehr richtig kann. Und jetzt willst du jetzt, willst du jetzt einen Applaus, oder wie? Ich wähle Applaus, Applaus. Für deine Worte. Mein Herz geht doch nur auf. Wenn du darfst. Wo sind die jetzt? Nein, ich gehe zu den Müllfantas. Nee, das bin ich mit ihm auch nicht. Müllfantas 500. Oh, 550 Punkte. Oh, oh, die kommen fährlich immer. Oh, die sind echt fährlich immer. Ah, weißt du, ich habe den Roten. Schädig nicht mehr. Oh, guck, ach mal hinten. Oh, danke mal. wow okay das reicht ja ja danke auf sie schießen auf die schießen sofort das war's aber du glaube ich oder ja ist ja egal wer es war hauptsache wir das war gut das war gut ja paar werte ist gut 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 Achtung der schießt Alter Milchfante das bin ich ich bin runter gefallen kleine missgeburt ich war halt nur runter ich bin runter ich bin runter ich bin runter ich bin runter Ich muss diese Scheiße hier verbinden. Ja, das ist. Ich möchte mich einfach daran, weil dann mich nicht auswählen gehen lässt. Maggret habe ich geklappt. Ich mach den Hübschern. Ich komm mal schauen. Ich mag Milch. Ich hab sie gerne. Mach damit ihn verkehren. Na, okay. Sag doch gleich, dass sie nicht weiter gebaut haben. Ich hab nicht mal Magnetschuhe. Scheiße. Und du bist jetzt runtergefallen. Ah, nee. Ey, ne, jetzt fangen die mich richtig ab, okay? Jetzt werden die in Rehatz Summel kennen. Ich auch. Oh ja. Ach, geil. Oh, nee, ich bin tot raus. Und ich hab allen getroffen. Und ich hab immer schon am Mischo. Ich hab noch mal einen Körpfeil. Ich hab dich so gemerkt. Ich hab dich so glücklich. Ich hab dich so glücklich. Ich hab dich so glücklich. Na, du bist richtig. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Fick dich. Ich bist so glücklich. ich bin tot er hat mich schon wieder getroffen ich fahre heute nur runter und dann schlafe ich wieder drei milliarden jahre die baut hinten okay das was wir spielen jetzt bodyguard ob das was ich bin schon wieder tot und ich habe mir noch ein knockback stick kaufen können während ich runterfalle die sind jetzt beide da damit rechnen die jetzt nicht dass ich hier dritten weil sie sind schlau wirklich sind doch beide da oder ok ich bin tot damit haben wir jetzt nicht gerechnet meine aufnahme geht jetzt 27 minuten genau wie die letzte ungefähr das bedeutet wieder schneiden und ja dann würde ich sagen schade mal bei dem razz tuner vorbei und ja dann darfst du sehen bis zum nächsten was auch immer machen ciao leute bis zum nächsten